Und der dritte Wunsch ist der, dass mein Verein sehr viele rote Leiberl, das ist sehr positiv, dass mein Verein, der GRK, wo ich vor 20 Jahren den Cup gewonnen habe und auch als Spieler schon vor 40 Jahren, aber will ich nicht mehr alter verraten, auch Cup-Sieger geworden bin, ist es so, dass ich endlich wieder einmal den GRK in der Bundesliga sehe und wenn man dann vor allem gegen den Sturm gewinnt, wäre das natürlich überhaupt sehr, sehr schön so ein Gefühl.